hallo freunde heute gibt es überhaupt nichts spektakuläres hier zu sehen sondern ich habe die kamera einfach mal ein paar minuten vor meine fluglöcher gestellt und das lasse ich jetzt laufen mache ein bisschen musik damit dazu weil der nachbar dann den rasenmäher angeschlossen hat passend dazu und deswegen gibt es heute nichts weiter zu sehen außer bienen vom flugloch ein paar minuten lang wenn du jetzt was spektakuläres erwartet dann schalte einfach ab es gibt demnächst gleich wieder neues video und ansonsten wenn du einfach nur bock hast dann hört zu schau den bienen beim aus und einfliegen zu und lass das wochenende schön einleiten ich wünsche nämlich ein schönes wochenende und entspann dich ich werde es tun und wir sehen uns beim nächsten video so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.